7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vor seinem Löwengarten ein Kampffspiel zu erwarten. Und König Franz winkt dreimal mit der Hand und bei jedem Mal kommt ein Tier in die Arena. Beim ersten Mal kommt ein Löwe rein, beim zweiten Mal ein Tiger und beim dritten Mal kommen zwei Leoparden rein. Von Fräulein Kunigunde fällt der Handschuh in die Arena zwischen dem Löwen und dem Tiger. Fräulein Kunigunde sagt zum Ritter, dass er die Liebe bewälzen soll, indem er den Handschuh holt. Damit klettert er in die Arena und holt den Handschuh. Er geht unverletzt aus der Arena und wirft den Handschuh in das Gesicht von Fräulein Kunigunde und verlässt sie zu jeder Stunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017